Ich persönlich verstehe den Reiz daran nicht. Wir waren nah dran. Schreibe diese Worte auf, Bruder Benny! Sie gefällt mir schon, sie ist gut, sogar sehr gut. Ich konnte es spüren. Lass sie die Pracht dessen sehen, was vor uns liegt! Aber ich kann sie unmöglich droppen, zu geringer Erfolg zu aussichten. Was ist mit meiner Story? Meiner Meinung nach können sie sie entweder verbrennen oder die nächsten 50 Jahre in die Schublade legen. Nein! Nein! Da bleibt es wohl bald! Wenn alles, was du sagst, wahr ist, warum lebst du dann hier? Hallo Heimat, hallo Dein Stadt, es ist schön, dass wir uns sehen! Wir sind noch hier. Warum sind wir noch hier? Und so scharf, dass ich explodiere! Ich will ihnen nur zurückgeben, was ihnen gestohlen wurde. Die Existenz, die ihnen verwehrt wurde. Das Kind, das niemals eine Chance hat. Aber wenn du dir das jetzt anziehst, dann bedeutet das, alles hat sich geändert. Du schuldest mir was. Das weiß doch wirklich jeder! Sie können eine Idee nicht zerstören! So, wie hör es dir an, der Kühle ist frei! Also, kaufen Sie es nun oder nicht! Ich muss abzahlen, schau über den Kopfstand, Tempo, yeah! Ich glaube, die Zeit kann ich mehr nehmen!